Grüß euch, ich bin der Max und ich möchte euch jetzt unseren neuen Markt vorstellen. Wir haben 1250 Quadratmeter Verkaufsfläche und können so hoffentlich alle Kundenwünsche zufriedenstellen. My Favorite beim Wein, Bio-Zeitgeist von Franz Anton Mayer. Wir haben über 120 Parkplätze, damit jeder Einkauf von Kälberkaus einschläge. Bei uns gibt es ab sofort täglich Frischfisch. Ja, auch ein cooles Highlight bei uns, der Dry-Edge Reifeschrank. Auch im Gemüsebereich gibt es eine super Auswahl an regionalen Produkten. Zum Beispiel die Bio-Erdräpfel vom Mandl aus St. Oswald. Für Männer natürlich die wichtigste Abteilung, die Bio-Abteilung. Wir haben sechs verschiedene Mühviertler Brauereien. Ich darf euch Birgit vorstellen, unsere Marktleiterin. Sie ist für unsere Mitarbeiter zuständig. Ja, der Umbau hat in Summe sechs Monate gedauert und wir haben ausschließlich mit lokaler und regionalen Baufirmen gearbeitet. Und das hat sich ausgezahlt. Für die Jaußenholer gibt es bei uns eine riesen Auswahl an Convenience-Produkten. Wenn es schnell gehen muss. Ich bin Birgit, bin seit über zehn Jahren jetzt bei der Firma Jauker. Ich habe da schon gelernt und ich habe anschließend im Master gemacht und bis seit 2016 Marktleitung. Ja, und unser Ausblick ist auch super. Wir blicken jetzt direkt Richtung Stiftschläge. Ja, und unser Ausblick ist auch super. Wir blicken jetzt bei der Firma Jauker. Ja, und unser Ausblick ist auch super. Wir blicken jetzt bei der Firma Jauker. Ja, und unser Ausblick ist auch super. Wir blicken jetzt bei der Firma Jauker. Ja, und unser Ausblick ist auch super. Wir blicken jetzt bei der Firma Jauker. Vielen Dank.